Hallo und herzlich willkommen zu Block Nummer 3. Hallo. Block, habe ich gesagt, wo? Ja. Na, was machst du denn du? Bist du doof oder was? Na, Ansager. Hallo zu Block Nummer 3. Wir fahren jetzt los zum Stiefen und holen jetzt dann den Stiefen, dann den Rocky und dann zu Julien und dann geht's auch nach Kossel. Nimm du nach Kossel, dann machen wir ab. Ist aber unheimlich. Kannst du noch irgendwas aufnehmen? Mach das jetzt gerade offen, Alter. Ja, das ist doch ein roten Punkt, Alter. Warum hältst du mir das Ding jetzt halt so in der Fresse? Naja, aber soll ich mich die Handzeichen machen, oder was? Naja, auf jeden Fall nicht mich die Handzeichen machen, Alter. Du bist doch ein Käfer, Alter. Naja, egal. Lass mich käfer sein. Guck mal hier, dein Arbeitsgerät, Alter. Was, wie muss ich denn das behandeln? Ach, halt's Maul, Alter. Diese... Scheiße, ey, da tauscht sich die *** aus, Alter. Einmalige Spanne. Du musst dich freuen. Viel Spaß, Arme. Oh, geil, Alter. Danke dir. Cool, 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 cool. Oh, hallo. Oh, das ist süß, ey. Oh! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Hey! Cowboyhut! Ha ha ha! We like to party! We like to party! We like to party! We like to party! Hey! Hey, ja, es ist alles schwach! Ist das nur hier drauf, so dunkel? Weil ich hoffe es. Okay. Komm mach mal an das Licht. Was mal die ganze Position... Position checken! Position checken! Position checken! Position checken! Position, Alter! Position! Position! Ja, klar! Hier! Wer ist denn wo? Hier seid ihr. Ich wollte extra hoch springen. Ein bisschen hüpf. Guten Abend. Jetzt zieht ihr den illegalen Rollerfahrer raus. Hier noch so ein Rodka-Maracuja mit bitte. Vielleicht noch ein Blümchen mitnehmen. Ja. Mit vier Strauzen und hier rüstern. Ich würde mir schon so laut haben. Schlammer. Lass hier. Schwitzel in die. Ich steute die Flüssigbelung. Zu reparieren. Applaus Wiem commanded schon Merci. Wiem infinite lucky. Schwitzel! Wann Chuhle! Sp سstep manchpar Vere Marketing Ja, reflection. Ja, brav natürliche Päck. Wann Chuhlebes analog. Schlapps in die Beine? Na ja. Schlapps in die Beine? Haha! Huch! Huch! Ta' hola! Ta' hola! Ta' hola! Der Tag, über den nie jemand redet. Der Tag danach, Alter. Hans von David, bitte. Hans von David, bitte. So, Feuer, Alter. Ich tatsen, der Moment, wo du was sagen musst. So Leute, das war Kassel. War wie immer ein mega Abriss mit euch. Hat viel Spaß gemacht. Und ja, alle etwas fertig. Und daneben, so soll es sein. Das war's eine geile Party. Alles Liebe. Dankeschön. Jawohl. Dankeschön. 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 Dankeschön.